hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die aids royal box von btide alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und dem boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album und zur box findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung btide mit aids royal das ganze in dieser box erschienen wir werden mal vorab das ganze aus dem plastik befreien und dann im detail ansehen das war ordentlich verschweißt so aber jetzt so sieht das ganze aus also wir haben hier eine schwarze box mit weißem aufdruck wir haben hier einmal das große logo von damals royal ts beziehungsweise aids es war so eine mischung aus mikrofon und totenkopf dann haben wir hier in der mitte noch den schriftzug btide und dann hier noch einen roten zielrahmen aids royal aids royal aids royal aids royal viermal in dieser tag optik auf der rückseite haben wir im querformat spannender weise einmal einen barcode und dann hier noch die credits zum album ja vielleicht vorab noch mal kurz etwas zu dem album titel zu der bezeichnung aids royal also aids war ja die abkürzung für alles ist die sekte die formation die damals btide und sido gebildet haben die haben damals angefangen als royal ts damals zu royal bunker seiten war royal ts die das ja der band name der vorgänger von aids und real ts stand damals nicht für royal tomatesalat sondern für royal tight sido und das ganze ist jetzt genau 20 jahre her da haben die gemeinsam erst das album released beziehungsweise tape damals fließen fließen sage ich schon wissen flow talent es kam 1998 raus und jetzt 20 jahre später ist es also zeit für aids royal so sieht das ganze aus der deckel ist abnehmbar und dann haben wir hier sieht man auch selten wie so eine geschenkverpackung so ein geschenkpapier und das ganze hier versiegelt mehr oder weniger mit seinem sticker schauen wir mal das ganze hier ist ausgekommen so box von innen rot und weiß und auch hier wieder beides royal rundherum machen wir mal zu und jetzt die frage das lässt sich hier gut öffnen ja das papier rund um bedruckt sehe jetzt nicht wie das box inhalt aber ist natürlich eine nette sache bitides komplett überall dieser schriftzug hier und daneben das logo nochmals von aids so dann haben wir hier einmal das dürfte dann die halskette sein in seinem speziellen between seiner separaten box dann das tape 1 2 3 sticker eine autogramm karte und natürlich das album an sich gut die beiden sachen sind noch verpackt wir werden das ganze mal öffnen einmal die kassette das tape so einfach einmal und dann noch das album hier ist noch ein sticker angebracht den wir jetzt wahrscheinlich dann mit der folie entfernen werden inklusive bonus ip aids sido und bitide gut machen wir das ganze auch mal auf ja das dick geht jetzt verloren so und wie immer fangen wir an mit dem album an sich wir haben hier das album in einem digipack aber das ganze hat echt eine heftige optik wir haben hier so metallic glänzende oberfläche das ganze hier in einem 3d druck also man kann hier wirklich die konturen erfüllen auch hier wieder dieses logo diese fusion aus mikrofonen und totenkopf bitide logo auf der mitte dann lesen wir hier nochmal ids royal auf der seite ebenfalls ids royal und auf der rückseite haben wir dann die tracklist also wir haben einmal das album an sich 16 tracks an der zahl wir haben feature von die säcke harrys blockmonster orgy 69 und shadow und dann haben wir eine bonus ip die ids ep sex tracks von sido und bitide also die alte ids formation wieder zusammengetreten für diese ip credits und einen barcode von innen sieht das ganze so aus wir haben einmal links die cd1 also das dürfte dann wohl das album sein dahinter wieder der aids kopf und dann haben wir die cd2 diese dürfte dann wohl die ep beinhalten und auch hier wieder der kopf im hintergrund so dann haben wir einen weiteren tonträger und zwar eine kassette beziehungsweise ein tape das cover hier im querformat gestaltet bitide der kopf wir kennen ihn dann auf der rückseite aids royal zu lesen tracklist haben wir hier keine aber eventuell befindet die sich noch im innen leben ja denke ich mir doch also wir haben hier die seite a und die seite b bedeutet wir haben hier einzelne tracks die wir hier vom album haben auf der auf der seite a und dann haben wir einmal die komplette bonus ip auf der seite b also eine mischung seite a beinhaltet album track seite b beinhaltet die bonus tracks oder die bonus ip tracks schön gemacht so die frage das ganze wieder hier rein bekommen so aber jetzt und dann haben wir natürlich bevor ich es wieder hineingebe die kassette seite a mit aids royal beschriftet bitide und seite b also für alle die noch kassettenrekorder tape tags zu hause haben oder einen walkman könnt ihr das dann natürlich anhören ich werde auf jeden fall mal in mein tape tag einlegen dann haben wir eine autogrammkarte so sieht das aus bitide in diesem fall mit schwarzem marker unterschrieben gut also das ist wirklich eine originale unterschrift nicht irgendwie aufgedruckt haben wir ein foto noch von bobby und die rückseite blank weiß sehr schön dann haben wir drei sticker an der zahl und diese genau schon wie das album das digipack in dieser metall optik in diesem schimmer metallic gehalten einmal wieder der aids kopf aids royal und einmal das bitide logo der schriftzug alle drei im kreisrunde form und dann haben wir diese kleine box dieses etui mit dem kopf und dem schriftzug aids royal und in dieser befindet sich dann die halskette wie man das von so schmuckschatullen kennt hat man dann hier so ein Kissen in dem das ganze eingefasst ist können wir dann hier oben rausziehen das ist einfach so ja füllstoff um das ganze hier etwas zu polstern und die kette ist echt echt lange also wir haben hier oben so einen typischen verschluss um das ganze hier zu öffnen dann hier die glieder und auf der unterseite haben wir dann einmal das b für bitide und dann hier den kopf inklusive der buchstaben aids die s das s hängt jetzt wirklich nur an diesem einen punkt hier an dem punkt hinter dem i von der optik echt echt fein gemacht also speziell auch die punkte sind nicht einfach nur so sondern sie sehen aus wie so diamanten die glitzern so und auch hier der toten kopf in den augen gefällt mir richtig gut ist auf jeden fall eine mächtige kette und für alle die die halsketten tragen sicher eine nette sache gut wir fassen noch einmal kurz zusammen was sich alles in dieser box befindet einmal die eben gezeigte halskette mit diesem ids anhänger in diesem kleinen Kästchen oder ja in diesem etui dann die drei sticker in kreisform allesamt in dieser metall optik die unterschriebene autogrammkarte das tape zum album beziehungsweise zum bonus ip und das album im digipack inklusive bonus ip das alles in dieser wunderbaren box aids royal von bitide mich würde natürlich interessieren was haltet ihr von dem album beziehungsweise der box schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr bitide unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf ciao